So, ich weiß gar nicht mehr, was wir hier getrieben haben. Wir sind hier bei einer alten Frau. Warum? Weshalb? Ich habe keine Ahnung. War das irgendwie ein Quest? Hm. Ich mache mal Fuse-D-Off-Play weiter. Ich habe jetzt überhaupt keine Ahnung, was da los ist. Okay, hat halb sich. Ich glaube, das ist dieser Quest, der gescheitert ist, wo ich ein bisschen zu spät kam. Ich glaube, das war es. Genau, ich glaube, das war es. Okay, wir sollten nach Hause gehen. So. Also, freundlich. Kennenlernen, komplette, haus mal einladen, plaudern, mir reden, Computer reden, über Bücher reden, tratschen. Moment mal, haus, mh, kennenlernen. Aber, aber eigentlich wollte ich jetzt sozial, bin bewusst freundlich, mh, geht nix. Ich möchte mich verabschieben, geht das nicht? Gemein, nein, lustig auch nicht. Freundlich. Freundlich, Gruppe gründen, nein. Spezial. So, 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 wir gehen nach Hause. Wer ist denn das? Da wird dann... Okay. Mehr Generationen, saus, ja? Entschuldigt. Okay. Ah, ja. Was ist denn das? Okay. Okay. Ähm, ich muss jetzt mal wieder reinkommen, so. Ich mache einfach zu lange Pausen zwischen den... äh, filmen, was ist denn der Bengel. Der hat Hunger, hat noch nichts gegessen. Die Hygiene ist auch unter aller Sau. Okay, der soll sich mal... Rest essen, was haben wir da? Da haben wir noch einen Herbstsalat am Start. Und dann... muss er unbedingt... ein Bad nehmen. So. Und danach... Aufräumen. Wie sieht es mit seinen Hausaufgaben aus? Hausaufgaben, wo waren die? 22 Prozent, äh, Hausaufgaben machen. Wie spät ist das? Freitag, 5 Uhr 22. Muss ja toll sein. Wenn man Hunger hat, schmeckt alles, ne? Nein, ist ja hektisch. Nicht verschrocken. So. Oh. Oh. Guck. Erste nicht. Zum Mahnenspenden. Nein. Ein Freund ein Geschenk schicken. Was? Nö. Was ist alles für Scheiß? Alles nur Spenden und Geschenke schicken. Oh. Oh. Ah, ja. Kaputt. Kaputt. Gut. Ach, scheiße. Ah. Ja. Schreien hilft da auch nix. So. Kamerafahrten. Oh. Ups. Na, ist was von oben. Eben. Oh. Schönes Bad, neben das Heft. Ja. So. Ah. Oh, ist ja schön. Bad. Schönes Bad wäre ja auch nicht schlecht jetzt. Hm. Tja. Okay. Ich meine, der hätte ja auch da duschen können, ne? Bietet sich gerade sozusagen an. Bisschen Seife und dann, oh. Ah, gut. Sie fragen, was spritzt da jetzt raus? Ist das jetzt der Kaltwasserventil, das undicht ist oder Warmwasserventil? Oder beide? Optimal, wenn es beide sind, dann hat man zumindest gemischt. Dann ist das warm. Und nicht nur heiß oder nur kalt. Ah, na ja. Mit der Panthe, der faule Sack. Ah, ist das schrecklich. So. 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 Was ist denn da noch im Plan? Ach so, das kannst du löschen. Wir haben ja jetzt so wenige Optionen. Er ist wach geworden. Sehr schön. Dann kannst du das hier mal reparieren. Ja. Und dann darfst du es auch... Hm. So. So. Das hat er jetzt davon. Wie sieht denn das aus? Ah, der muss auf die Toilette drehen. Kann aber nicht. Da badet gerade jemand. Hunger hat er. Okay. Wenn er damit fertig ist, kann er Reste essen. Und da ist noch jetzt leckerer Salat übrig. So. So. Zack. Alles klar. Wir schauen uns da auch schon. Hausaufgaben. Rechnung nehmen. Rechnung bezahlen. Dann haben wir noch Geld. Oh. Nicht mehr vier. Rechnung bezahlen. Okay. Ja. Noch nicht fertig. So. Ach der Schuhbus. Ach du Scheiße. So. So. Auf zur Schule. Tschüss. Tschüss. Ach der ist auch schon auf dem Weg zur Arbeit. Ja dann fällt das aus, ne? Das ist auch so. Okay. Da haben wir jetzt unsere Ruhe, würde ich sagen. Die Hütte gehört uns. Hm. Wir haben nicht mehr viel Geld. Hm. Das ist echt nicht schön. Puh. Oh. Was ist das Wetter? Hm. Regen. Drei Grad. Hm. Oh je. Okay. Ähm. Show ist. Ich hoffe, das ist nicht so teuer. Ähm. Kostenloses Spiel. Für Löhrensteiner. Die Schule hat kostenlose Eintrittskarten für ein Spiel im Stadion erhalten. Schüler, die sich diese einmalige Gelegenheit nicht entgehen lassen, werden mit einer verbesserten Schulnote belohnt. Ups. So ist auch mal da. Mach dich schnell zum Stadion auf, bevor das Spiel endet, um deine Notes zu verbessern. Hm. Wo ist denn das? Wo müssen wir da sein? Komm, versuchen wir mal. Versuchen wir, versuchen wir. Versuchen wir, wenn sie bekommen. Ich sage alle Zeit und weg. Tschüss. Warte mal, bin mal nicht so viel. Das ist ja zu teuer. Das ist ja zu, dass du wegkommst. Das geht auch computerspielen. Hallo, ist ja doof. Boah, teuer. Wo denn nach der Schule gehen zu Bälle, äh, was? Bälle, Junge soll ich gehen. Ist das okay? Ja, ist okay. Gehen wir da hin. Wann ist denn das hier mit den, äh, Terminen kostenlose? Donnersfrist ist, Donners, letzte Frist ist Donners auch um 15 Uhr. Also haben wir noch eine Woche Zeit. Okay. Das soll nicht so schwierig sein. So. Ich mache die Folge auch nicht so lang. Wir haben ja noch, ich muss noch Sims 2 aufnehmen. Bezeit hat das auch noch, ja. Oh nein. Und wieder weg. Kling, das Geld ist wieder weg. Schade. Äh. Wie er zent. Schauen wir um. Ich habe es noch und lesen mal. Ah, das ist müde. Oh, ist ja. Oh, ja, okay. Dann ist nicht. Dann geht direkt schlafen. Entspannen schlafen. Einfach schlafen gehen. Obwohl, Hygiene ist doch scheiße, ne? Egal. Wartet er nach dem Schlaf. So. Ich finde es interessant, dass hier die Videos von Sims 2 mehr aufgerufen werden. Also öfters als Sims 3. Ja. Sims 3, äh, eine etwas neuere Vision ist. Aber es scheint wohl vielen nicht zu gefallen. Obwohl, ich muss sagen, Sims 2 gefällt mir auch besser. Aber gut. Ich hoffe, dass ich irgendwann nochmal Sims 4 in Angriff nehmen kann. Aber noch nicht. Das BG erlaubt das einfach noch nicht. Hm. So, was macht denn der Bengel? Gehen wir mal gucken, weil er schläft. Das bringt nichts. Ah, er ist hier. Macht Hausaufgaben. Macht Hausaufgaben. So. So. Hau ab, du wille, sag. Ja, tschüss. Hausaufgaben machen. So, dann machen wir zusammen Hausaufgaben hoffentlich. Hm. Klang ja nicht so begeistert. Das scheint wohl zu den Nerven. So. Mhm. Ich weiß, sie mag lieber Blumen, okay. Oh, ihr Vater kann sie nicht leiden? Also von der Tonlage her war es das Ding, er hat hier. Mhm. Der Kunde mag sie nicht. Mhm. Okay. Der ist schon schwer zu sein. Ja, komm. Kein Fernsehen. Kein Fernseh. Fernsehscheiße. Mhm. Ja, das ist schon. Was ist das? Ah ja. Was soll ich wohl genau unterhalten? Ob es irgendwann wirklich KIs gibt, die sich ganz wirklich, äh, unterhalten können? Das ist ja krass, oder? Ja. 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 Also nicht mit vorgeskippten Sachen und so, sondern wirklich Situationen entsprechende Themen haben. Ja. 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 Ich muss sich auch mal unterhalten. Ja. 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 Kann ich nicht benutzen, okay. Haben wir was anderes benutzen können? Nicht so viel, ne? Wie sieht's denn hier mit deinem... So, Hunger hat er. Energie ist auch schlecht. Hm, ein kleiner Snack. Snack essen. Oh, Snack essen bisschen. Das ist ja böse, dass ich das tue. Haben wir da haben sich eingeladen, ne? Sie müssen sich um mein Wohl kümmern. Wie viel ist denn das? Und, meckert der? Hat er sich verabschiedet? Ah ne, er begrüßt ja den jungen Mann. Da kommt noch eine dickbusige, kompulentere junge Dame. Oh, die sieht immer schrullig aus. Ich meine, der sieht ja auch hier ein bisschen sehr konservativ aus. Hm. Schau, guck mal, der hat sich dann mal Nachbarn satt gegessen und... Wo ist denn hier seine kleine Freundin hin? Hä? Die war doch hier rausgegangen. Wo ist sie denn hin? Wohnt sie nicht hier? Ach, da ist sie. Na komm, kriegst sie hier. So. Freundlich. Entschuldigen. Ist etwas schlecht gelaufen? Entschuldige sie mal. Ist sie böse? Vielleicht war sie sich das Essen genommen hat. Einfach so? Na ja, die haben mir ja nichts angeboten. Die wäschen Badezimmer ab. Okay. Auch müde. Hm. Steht er da? Stehen die beide da? So. Stehen die beide da? So, der guckt total grimmig. So. Oh. Ja, gut, dass die auch die Probleme haben. Okay, ja, mhm. was die sich unterhalten gar keine Bläschen über dem Kopf ja das ist schön die mögen das hier so direkt im Wasser doch jetzt so lassen wir spielen steigern wir den Spaßpegel werden wir mal auf den faulen Sack hier wechseln der ja immer noch pennt aber doch immer dringend ein Bad braucht Bad nehmen Abendessen servieren Makaroni mit Käse oder klebrige Carbonara nehmen wir Makaroni mit Käse und das da ich hoffe ich bekomme das hin sollte nicht zu lange schlafen haben wir genug geschlafen ja komm aufstehen volle Stück dann Fliegel können wir ja auch noch was essen haben heute Abend wenn er nach Hause kommt wenn er nach Hause kommt ist ja Zeit ne auf dem Wochenende ah da kommt er ja schon siehst du wohl so der Bengel hüpp Energie Null hart dran jetzt geht noch so so nächstes Mal ein bisschen was so ja einfach mal lesen weil das Bad ist besetzt so okay das hätten wir schon mal das ist alles noch sehr spartanisch und altbacken ja das hat natürlich sicher so einen Charme das ist ja nicht der ach der taucht ab der hat Spaß kann ich mal sagen oh lassen wir noch ein bisschen beeilen hier oh Torbahn schalten schneller der kippt gleich vom Stuhl der Junge nur weil er so lange baden muss er ist müde aber du musst auf Toilette vorher nein es hat nicht geschlafen hey Bengel komm her komm schon aufstehen wieder auf Toilette musst du nass dich sonst ein ja schnell wieder auf siehst du wohl ja Hände waschen Zähne putzen und dann wie ist mit dem Hunger aus das geht noch okay entspannen Bett machen schlafen so alles klar okay hier leben auch nur so nebenher so aneinander vorbei eigentlich so der ist wunderbar und dann mal gucken wenn wir den Bengel zum Stadion bekommen muss ganz lecker sein glaube ich wir haben zu wenig Geld um irgendwas machen zu können was macht er jetzt Computerspielen okay kann auch was sinnvolles tun nein Computerspielen Hacken Schreiben Chatten Hacken Versuchen wir mal ein bisschen hacken du 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 hast du in der Gefängnis landet aber egal Versuchen wir mal ein bisschen hacken ja Server der Banken knacken ein bisschen Geld transferieren ach aber nix nochmal so das muss doch gehen vielleicht muss ich die richtigen Programme runterladen dann geht es ein bisschen schneller das sieht schon gut aus das sieht schon gut aus der kommt voran der kommt voran wenn wir dich da rangehen kann ich gar nichts sehen nee das war wieder ah die Firewall gescheitert ja gibt dir mal mehr Mühe so so weit ist schon so gut das sieht schon mal ganz gut aus ja hm schon mal Geld gebracht hey die ganze Nacht durchhecken hier ja war nix vielleicht brauchen wir einfach einen besseren Computer das ist einfach schon zu alt und langsam ja du musst eine Hintertür finden das nützt ja nix also vorne rein kannst du nicht ah falsches Passwort nochmal ja Passkripte durchziehen nochmal ah nein war nix nochmal war nix komm gib dir mal Mühe schaffst du schon na da sieht ja wieder ganz gut aus ja wieder ein paar Teilechen na steht hier getroffen und hüllt den Stein und Rockefeller ist ja auch nicht über Nacht zum Millionär geworden ach das war ja wieder nix Mensch na da war ja wieder nix hey und immer schön die IP wechseln so vor allem verwischen die Spur verwischen ist immer wichtig ja gut machst du das na muss noch werden komm schon ah Mensch komm wir brauchen noch ein bisschen mehr Kohle mach uns reich hier komm weiter 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 wir beschleunigen uns mal ne das ist uns ein bisschen zu langweilig ist ja Wochenende oh ein bisschen Backup-Sketch schon richtig schnell hier so 17 war ja nix komm die große Kuh ah komm 27 auch schon nicht schlecht ja ja komm Leon hat bald Geburtstag Leon hat in ein paar Tagen Geburtstag warum kaufst du eh nicht einen Geburtstagkuchen ah das tun wir nicht wenn wir diesen Geburtstagkuchen kaufen dann verkürzen wir seine Liebensspanne so das hätten wir schon mal also das kann übrigens zu ähm was hat der denn Hunger wie spät haben wir es wir haben sieben Uhr ist er ausgeschlafen nein er schläft noch oh pass auf hier da stimmt was im Kühlschrank nicht da musst du mal Snack verdorbenes Essen entfernen so ja genau ich weiß ich kenne das ja ab die Tonne damit und das dabei wird es rausbringen gar nicht aus groß rum stinken lassen ich bin gleich weg mit dem Scheiß so ähm er muss noch auf Toilette benutzen mal die Toilette benutzen dann ein bisschen Hände waschen Zähne putzen okay jo das ist der Stehwinkel sehr toll das hast du du darfst auch das Klo putzen Perkel ach je 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 geht immer so gar nicht so so das war doch gut schön wir schleichen da noch rum Da machen wir noch mal die Turbo an. Das muss nicht so. Genau, ab ins Bett. Sehr gut. Wechseln auf den Becken rum, der hat Hunger. Ja, und Hygieneprobleme. Dann soll ich einen Snack essen. Mischli. Da schleicht er nach draußen rum. Ich bin nicht alleine. Ich höre Stimmen. Und Schritte. Das ist jetzt Geisterstunde. Eigentlich sollten ja alle schlafen jetzt. Abgesehen von mir. Ich schlafe um die Zeit nie. Ich muss arbeiten. Aber ich habe mich erdreist, mir Urlaub zu gönnen. Okay, das scheint wohl hervorragend zu schmecken. Eine ganz hervorragende leckere Müsli. Die Kamerafahrten, das gehe ich noch nicht so ganz hin. Da muss ich noch dran arbeiten. Schon fertig, sehr schön. So, da räumt auf. Du kannst hier mal ein Backen nehmen. Mal gucken, ob es ein Outfit-Plan gibt. Mal gucken, ob da was zugekommen ist. Ich hatte da mal was versucht zu verändern. Mal schauen, ob da was geht. Muss der Kollege Schnurrschuhe hier arbeiten. Mal schauen, ob er arbeiten muss auf Samstag. Nee, Samstag, Sonntag frei. Okay, dann kann er auch schlafen. Das ist überhaupt kein Problem. Ja, da ein bisschen. Aber das macht auch nichts. So, ach, dann beschleunigen wir wieder ein bisschen. Der macht gar nichts. Der steht da nur rum und kostet mir Geld. Uh, hat es euch ab. Okay, ich stelle den Haushalt. Wird geöffnet. Okay, jetzt warte mal kurz gucken. Da sich was getan hat. Nee, das ist überhaupt nichts zugekommen. In seiner Altersgruppe gibt es nichts Neues irgendwie. Nee, das ist total langweilig. Kann man nichts machen. Hm. Nur Oberteile sind ein paar da, aber sonst ist alles eigentlich ziemlich langweilig. Ja, das haben wir ja schon. Da war die hier. Auch nicht so doll. Hm. Dann lassen wir es so, wie es ist. Okay. Ich habe nur gehofft, dass da irgendwas Neues ist. Aber das ist nichts. Das ist nichts. Das ist nichts Neues zugekommen. Hm. Das ist aber schade. Das ist nichts Neues. Das ist nichts Neues. Also lassen wir es einfach weg. Das ist nichts zugekommen. Also lassen wir es einfach weg. Verschmeißen ist alles. Das ist die... Wie machen wir da spielen? Ja, ja. Wir werden das hier. Wir werden dieses Teil des Spiels. Kommen wir hier zurück. Da ist nichts Neues zugekommen. Okay. So, was haben wir denn hier für Probleme? Spaßprobleme haben wir ja nur. Hier kann ich mal ein bisschen Computer spielen. Schreiben. Chatten. Ja, wir werden chatten. Wo sind hier... Ist mich jetzt gar nicht da. Ah. Zurück. Dann schreiben. Einem Freund ein Geschenk schicken. Internet durchsuchen. Ja, wir werden Internet durchsuchen. Internet durchsuchen. Hier ein bisschen surfen. So. Pass auf. Wir gehen nochmal gucken. Wir haben ja hier noch eine Aufgabe für ihn. Kann er da schon mal hin? Wo ist denn die Aufgabe von ihm? Da muss noch so einen Stern drüber wegschieben. Ah, hier ja, genau. So, was ist das? Spiel ansehen. Was soll das Spiel ansehen? Achso, ja. So. Okay, ich mach mal so. Hat ein bisschen Spaß bei, ne? So. So, machen wir jetzt, ne? Gehen wir zu dem Spiel. Okay, hella. Ja. Okay. Was soll denn das? Nochmal das Ganze? Nein, nein, nein. War auch falsch. Ach, ich bin so ein Horst. Ich bin so ein Horst. Ich bin so ein Horst. Ich bin so ein Vollkommen Horst. So, so. Jetzt haben wir hier zwei Aufgaben. Besuchen. Und. Achso. Zwischen 11 und 15 Uhr. Achso, es war zu spät schon. Okay. Versuch das mal. Dann wechseln wir da hin. Hey. Schwupp. So, er ist. Okay. Nach dem ersten Mal, er war auch wieder am Bad. Das ist total dreckig. Ja. Bad nehmen. Bad nehmen. So. Okay. Alles klar. Ich versuche nochmal den Quest schnell zu beenden, weil bis nächste Woche wird das wieder vergessen, wie es geht, um was das ging. So. Schaut Bad nehmen. Es wird schon wieder dunkel. Und warte, lange. Mehrstündig. Mehrstündig. Es geht wie ein Computer. Ah ja, genau. Wie ein Computer. Machen wir auch weiter. Hier unsere Lieblingsbeschäftigung. Schüler spielen. Jobsuche. Weitere Anwesen kaufen. Probieren ansehen. Freunden. Geschenk schenken. Umziehen. Internet durchsuchen. Was haben wir denn? Nichts. Achso. Nicht genug Geld. Ich möchte Internet durchsuchen. Umziehen. Warum basteln? Hm. Bis dann rum basteln kann man. Bis dann rum basteln kann man. Gehen wir da noch was hin. Alles angenommen jetzt? Passt du da rum? Mit jemandem chatten? Nein. Tätsel suchen. Umziehen. Mit jemandem chatten. Blablab. Im Wien von. Weitere. Am Wesen kaufen. Jobs suchen. Weg. Weg. Hallo. Hm. Hm. Geht mit nichts weiter. Okay. Alles klar. Denn nicht. So. Der Lektor muss ja mal langsam nach Hause. Ja. Kommt nach Hause. Alles klar. Hat Hunger. Nach Hause. Hunger. Was haben wir denn? Die Arreste nehmen. Oh Gott. Alles klar. Ich hoffe, es ist noch gut. Bumm. Tatsuh. Hallo. Die reden gar nicht miteinander mehr. Das hat er auch Hunger. Ja. Aber der kann sich einfach mal dazu setzen. Setz ihn da einfach mal dazu. Ja. Tagfragen. Spaß singt. Warum? Na gut, der ist ja. Die Kommunikation ist eher monokommunikativ. So. So. Okay. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her kleiner. Dritt hier in meinen Bauch. Glück mir im Arsch. Ich bring den Teller erstmal weg. So. Na toll. Hallo. Ja. Okay. Hallo. Ich stehe hier. Einfach mal so eine Begrüßungsumarmung. Weißt du? Einfach so mal. Weißt du? Einfach Hallo sagen. Freundlich. Freundlich. War schon plaudern. So. Freundlich. Wustig. Du musst mich nein. Du musst die Geschichte erzählen. Okay. Dann machen wir so. Verschleunigen wir mal. Blub, 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 blub. So, okay. So, benutzen. Dann Hände waschen, Zähne putzen und schlafen. So, und er spielt jetzt. Ausstehpinkler, oh mein Gott. Funktioniert noch. Hm. So, jetzt schon Zähne putzen. So. Ja, war an. Wer ruft denn da an? Gefüllte Tomaten, äh, Rohre. Im Restaurant hat ein rücksichtsloser Koch die Tomatenschale einfach so die Toilette hinuntergespürt, statt sie draußen auf den Kompostwaufen zu werfen. Das Ergebnis verstopft, verstopfte Rohre. Daher wurdest du gebeten, was? Du gebeten, das Problem zu beheben. Wenn du Erfolg hast. Das flippert so komisch. Ist das nur bei mir so? Ähm. Erfolg hast. Wink dir eine dicke Belohnung. Warte an den Busen, das ist doch da. Aha. Okay. Äh. Sieb. Gut. Äh, äh, Gastronomie-Karriere-Scheiden. Hier Essen? Nein. Wann darf ich denn? Zwischen 7 und 22 Uhr. Okay, ist also nicht in diesem Tag. Okay. Ich denke, wieder nach Hause. Ja, ist klar. Er ist ja auch schon schlafen. Früher als der Bengel. Oh Mann. Uäh. Ich bin auch ein bisschen müde. Wenn ich mal das M2 schaffe. Ich glaube nicht. Den mache ich morgen. Ich habe auch keinen Bock mehr. So. Hier sind die Quests noch erledigt haben von den beiden. Dass ich dann jungfräulich in diese Runde starten kann. Die letzte Folge war ja schon ewig lang. Mit fast zwei Stunden. Das will ich jetzt nicht nochmal haben. Das ist auch noch ewig lang, bis es hochgeladen ist. Und dafür, dass nur drei Leute das gucken. Ähm, ja. Jetzt hat das nichts. Bei einer von mir war ich ja. Weil ich ja mein Kram ja auch noch mindestens einmal angucke. So. So. Wir haben sieben. Hm. Er hat Hunger. Okay. Sauf. Dann, äh, Frühstück, Essen, Waffeln. Ach nee, Quatsch. Machen wir mal anders. Frühstück, Essen, Frühstück, Servieren, Waffeln. So. Mach das mal eben. Hm. Kostet ein bisschen. Und danach, äh, wieder der Schubi-Hardrang. Benutzen. Hände waschen. So. Der Pengel, der Schläfen. Lass mich schlafen. So. Beile dich mal ein bisschen. Hau Gas hier. So. Jo, der hat auch nichts Besseres zu tun, als jetzt erstmal den Computer zu datteln. Schreiben, chatten. Kannst du da chatten? Hast du da? Ah, hier mit ihr. Chatte mal ein bisschen mit ihr. Ja, so. So. Und nach den chatten. Oh, das deckt er auf. Manchmal decken sie ihn ja auf. Nein, tut er nicht. Er ist ganz egoistisch. Er deckt nicht auf. Aufräumteller nimmt er. Okay. Laufschied ich mal da. Können wir zusammen essen, ne? Oh. Ja, komm hoch da. Okay. Oh, mein. So. Hm. Oh, mein. Hu, hu, hu. So, das ist eben. Dann muss ich mal kurz wechseln. Und irgendein, ja, hier. Schwupp. Wo war denn das? Ja. Reparieren. So. So, dann wechseln wir auf den Bengel. Der hat auch einen Termin. Wo war denn der andere? Wo war denn das? Wo war denn das? Wo war denn das jetzt? Wo war denn der Bengel noch hin? War auch hier irgendwo. Hä? Ach da. Um 15 Uhr erst. Ach so. Ne, vor 30. Und das ist ja so. Okay. Schleimung wieder. Weil wir wollen ja zum Schluss kommen. 11 Uhr erst. Was ist denn jetzt? Reparatur, okay. Das ist gelungen. Okay. Aber noch keine, was? Aber noch keine 11 Uhr. Ah, man. Ah. Was ist denn jetzt? Abgestürzt. Jupp. Das sieht ein Abschluss aus. Jupp. Sam's 3. Funktioniert nicht mehr. Ja, super.